Paul Bourguet wohnte beim Grafen de Saint-Ville. Am Tag nach seiner Ankunft war er um 11 Uhr noch nicht zum Frühstück erschienen. Der Graf kam zu ihm ins Zimmer und fand Bourguet noch im Bett. Ich schlafe schon längst nicht mehr, sagte Bourguet. Ich träume, oder besser gesagt, ich denke nach. Das ist so meine Gewohnheit. Ich sammle morgens meine Gedanken, bringe Ordnung in die Ideen, die mich beschäftigen, mit einem Wort, ich arbeite. Als Bourguet am nächsten Tag um 12 Uhr noch nicht zum Frühstück erschien, ging der Graf abermals zu ihm hinauf und sagte, mein lieber Freund, Sie werden sich noch überarbeiten.